Oder hier hat sich einer reingehackt? Hier hat sich einer reingehackt, ja? Hier hat sich einer reingehackt, Chat. So eine Kamera-Perspektive geht mir auch auf den Senkel, Alter. Chat, kann man sich in den PC reinhacken, andere Menschen? Jetzt mal auf ernst. Können sich andere Menschen reinhacken? Oder geht das nicht? Weil ich bin ehrlich, ich glaube, es hat sich einer reingehackt in unserem PC. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ich glaube, es hat sich einer reingehackt, ja. Ja, bitte, halt doch mal deine Schnauze, ja. Warum spielen wir mit solchen Krötenmannschaften? Das macht doch keinen Spaß, mit diesen Dingern zu spielen, ja? Okay, meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Ja, 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 sehr stark. Sehr stark. Jetzt, Spielverlagerung. Spielverlagerung, rein! Ich schwöre, ich glaube, ihr habt das Geld. Ich drück diese Köpfe gar nicht, ne? Jetzt Tor. Ey, Chat, ich sag euch ganz ernsthaft, ich werde heute gewinnen, ja? Ganz ernsthaft, ich werde heute gewinnen. So weit ich hier stehe, werde ich heute gewinnen. Wenn nicht, dürfte ich mich Hund auf ganz Twitch nennen. Du musst von Montana Black sein Arsch abwischen, ja? Bei Monty Event. Ja, 1000 Euro. Ich bewege mich nicht, alles gut, Bruder. Ich bewege mich nicht. Okay, okay, du bewegst dich nicht. Meine Damen und Herren, ich schaue euch die Punkte wieder zurück. Chill, relaxings, Freunde, relaxings. Bruder, ich bin heiß, ich schwöre, ich kriege gar nicht. Ich lasse mich auch nicht mehr aufreden. Boah, und da kommt direkt das andere am Anschluss, Bruder. Dann, hey, du bist so ein kleines, schönes Spiel. Warum habe ich nicht einfach geschossen? Ich bin... Was machst du für ein Hackentrick, ja? Bruder, das kann dir doch egal sein, Bruder. Du bist den ganzen Tag nur am Meckern, du, ja? Du bist doch nur am Meckern, halt doch mal deine Fresse, Junge. Ich mache Hackentrick, der sagt auch noch... Halt doch mal deine Fresse, ey! Halt doch mal deine Fresse! Boah, ich kann nicht spielen, Alter. Müsst du doch nicht in mein Spiel ein, Junge? Ja, ich müsste doch nicht in mein Spiel ein. Wenn ich hier rede, bin ich beschwere für meine Ah-Mannschaft, Junge. Okay, alles ist gut. Sei doch leise, kommentiert die nicht, du bist doch kein Kommentator. Doch, mein Kommentator. Wohin, wir behinderten Dicks. Komm schon! Piss Mannschaft. Komm schon, ja. Komm schon, ja. Ein und ein Winner, Hotline-Bling. I got you wild and me nothing. Since you're pretty, you gotta use Once I was seven years old My mama told me Go make your friends the ship really lonely Once I was eleven years old It was a big big word But we talked with the bigger Pushed each other to the limit We are learning quicker By eleven smoking hot and drinking burning liquor Dein Vater spielt Monopoly Mit deiner Mutter 200 One, two, seven Once I was seven years old My mama told me Go make your friends the ship really lonely Calm down man, calm down I just need to make my aggression Let's listen chat How is this going? Everything is clear Everything is good chat We have to break our table No problem We have to break our table I will soon have a new gaming setup I will soon have a new gaming setup I will soon have a new gaming setup chat No problem for Uncle Lonnie Yeah, yeah Very strong You have to work Yes! You have to work You have to work You have to work You have to work Hey 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 Baby 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 Oh like the movies Oh like Hey 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 Hey! 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 Head, I'm hot, I'm really hot, he's hot today He's 43,000 Euro set-up này Hey hey hey! Hey 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 Hey, hey hey hey! Hey 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 hey, hey hey! laboratory haha Ihr werdet nicht checken, was mit dem Raum gerade passiert. Ihr werdet bald ein Studio-Raum sehen, das gibt es in ganz, nicht mal in ganz Deutschland. Nicht mal in ganz Deutschland. Ich bin 7 Jahre alt, Mama Tomego. TPS, ja, ja. Ey, ganz kurz. Der ist mir schlecht. Kannst du beim Spielen kurz meinen Bart hier machen? Kannst du kurz machen? Ehrlich, mein Ernst, weil du bist mir heute ein bisschen zu schlecht, Chat, ja. Ich glaube, ich mache meinen Bart einfach in der Zeit, ja, beim Spielen. Also wirklich. Nein, du irritierst mich doch immer, Mann. Das meine ich, Bruder. Ich komme hier easy durch. 4-4, was los? Wohin passt du? Ich schwöre bei Gott. Warum L? Was habe ich wieder gemacht, ja? Chat, merkt ihr doch, ich bin doch heute ein bisschen sauer, ja. Versucht doch mal einfach nett zu mir. Oder immer, wenn Jordan ein Tor schießt, macht einfach einen L in den Chat. Guck mal, ich habe meinen Sitz da hinten gemacht und trotzdem habe ich den Ball. Checkt ihr die Metapher? Danke, Abi. Das irritiert mich doch. Das irritiert mich doch. Das irritiert mich doch. Das irritiert mich doch. Wohin bist du, Junge? Bruder, beim Haare schneiden, ja. Oh, shit, ja. Das irritiert mich doch, das irritiert mich doch, mann. Ja, beim Haare schneiden, beim Haare schneiden. Okay, du noch ein bisschen Haare, Bruder, hier ein bisschen. Mach mal da die Haare auch noch hier weg. Komm, mach doch. Ja, mach doch. Guck mal jetzt, bei den Haaren schneiden. Guck mal jetzt, Chef, wir können meine Aggression unterlaufen. Hör auf, hör auf. Ich weiß, du machst das extra zu bekämen. Ich weiß, du machst das extra. Ich guck mich schon, Chef. Noch ein Torf, ist noch ein Torf. Mach weiter, seine Haare, komm. Er fällt runter beim Zweikampf, ich schwöre, Alter. Ja, ja. Was ist das für eine Maschine, hä? Was ist das für eine Maschine, hä? Was ist das für eine Maschine? Komm, zeig mal. Woher gibt's die? Wie geht die an? Wie geht die an, Junge? Wie geht die an, Junge? Wie geht die an, Junge? Was ist das für eine Maschine, Junge? Ja, ja. Sorry, Bro. Schnell weiter, Bruder. Der ist ja richtig gut dabei. Komm. John, willst du noch was vor? Oh, ich wollte es einfach spannend machen, ja. Wer gewinnt eigentlich, Bruder? Hä? Was denkst du? Was denkst du? Fuck, ja. Was krieg ich da geschenkt? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Was fühlt. Das hört sich nicht, oder sind sie sup, loving die Pelu Eat. Oh, was wer denn? Boah, ich liebe mein Leben. Ja. Wie, hey! Hey, hey, hey! Wie, hey! Hey, hey! Oh, hallo, calmest du mal. Ich sage die Pizza, komm etwas später, Giovanni. 7-6 Chat, ich hol das auf. Ich hol das auf mit Ansage. The floor is lava. Trust me, the floor is lava. The floor is lava. Shit, man, happens, ja? Ist mein Bad schon fertig? Oder muss da noch was gemacht werden? Ich frag dich noch. Weil ich mach jetzt gleich ein Tor. Hey, 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 hey! Sorry, Bruder, mein Bad. Dein Bad macht mich. Ich klicke herztisch hier gerade, ja? Oh, shit! Ey, Freunde, ne? War mir immer so eine gechirrte Lage mit Torwart. Hey, hey, Bro! Bro, ich muss... Jetzt kann ich... Wenn ich mit Tor, Tor schießen, ne? AHHHHH! Jawoll, Jumme! Mein Bakus-Borlake lesen! Bruder! Esel! Was hast du für eine Scheibe kaputt gemacht? Ran? Wura! Wura! Wie sitzt du aus? Komma hier! Mal hier! Guck mal da! Du hast mein Handy gelöst! Mura, was hast du gemacht? Komm! Bruder, unsere Scheibe ist kaputt, ne? Äh, äh. Nee, äh, äh. Warte doch mal, Jungs, ich bin gerade beim Triseur. Chillt doch mal, ja, chillt doch mal. Du hast verloren, gib auf. Bruder, was hast du gemacht? Wie siehst du aus, Bruder, ja? Ich glaub, die Seiten waren gerade anders, oder? Geht das? Was haben wir gemacht, Bruder? Du hast den Bildschirm ausgemacht. Bruder, ich schwör. Dann holst du rum, wenn ich mal ein Kabel ziehe, Alter, du fettes Schwein, Alter. Dann holst der rum, wenn ich irgendwann irgendwie ein Kabel ziehe. Bruder, ich wollt doch nur meinen Bart machen, ey. Halt deine Presse, ja, dein Kabel ist draußen. Welcher Kabel, Bruder? Fass mich nicht an, Alter. Was denn, Bruder, warum hab ich Sahne an der Hand, Junge? Mach alles kaputt, Junge, ja. Meine Presse, Alter. Ey, ich hab Sahne an der Hand, Chet, ja. Ich hab Sahne an der Hand, Junge. Ich hab Sahne an der Hand, ja. Warte, im Leben sollte man auch manchmal auf den Nächsten, ja? Ja. Ist mein Bart gut gerade, oder? Ja, oder? Ey, Chet, was ist gerade passiert? Jetzt mal Legally. Ey! Mein Handy! Bruder, was ist passiert, Bruder? Warum, warum, warum? Was ist passiert, Bruder? Lass mal diese Scheiße hier machen. Was ist passiert, Bruder? Weil in der Kabel ist eh eine Scheiße drin, Bruder. Das kann doch nicht sein. Boah, das kann sein, dass das nicht mehr funktioniert, ne? Chat, was ist passiert, ja? Bruder, was ist das hier? Was ist passiert, Chat, ja? Bruder, was ist das hier? Was ist passiert, Bruder? Was ist passiert? Hilf doch mal kurz! Bruder, ich bin doch gerade beim Friseur, auf dem... Mal halt doch mal den Schnauze, Alter! Ja, ich sag dir, hier ist alles voll, ne? Was ist denn, Bruder? Wie kann da Sahne explodieren, ja? Was für ein Clip, Chat, Junge? Ich hab keinen Clip. Ich bin da beim Friseur, Haare schnau, auf einmal explodiert die... Ey, 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 rechts ist auch ausgegangen. Alles ist gut, oder? Okay. Ich check grad, ich check grad gar nichts mehr, ne? Bruder, das ist alles aufeinander genommen. Chat, heute, ich sag euch heute, ist etwas... Hier ist alles voll mit seinen Kater geht nicht mehr, Bruder. Der läuft doch! Der HDMI-Cabel ist kaputt!